Musik Bei mir geht es nicht, mein Knie ist total mutschief. Leider. Musik 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 Vielen herzlichen Dank an die Bergkapelle Franz Bleiberg, schon im Jahr 1792 gegründet, die derzeit zweithälteste Knappenkapelle Österreichs hat uns musikalisch heute hier den Trachtenfestzug eröffnet Sie sind bereits beim ersten Kirchtag dabei gewesen, an der Spitze des Trachtenfestzugs und heute 2022 auch dann bereits zum 77. Mal die Bauernmahl Villach mit dem Großbauer Kurt Maschke einmal die Tanzqualitäten unserer Ehrengäste unter die Lupe genommen, hat gepasst, oder? Daumen hoch super, viel Spaß Musik